Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Mungidurafi und wir sind unterwegs bei World of Warship. Und ich habe nochmal eine Runde dabei im Erker im Pool. Ich war wieder hinten rum. Da ist auch eine dicke Katze. Ich will jetzt die meisten rechnen ja gar nicht damit, dass man hier hinten rumfährt. Das kann man da den meisten erstmal überraschen. Das kann man da den meisten rechnen. So, und da können wir schonmal einen schönen Treffer landen. Genau 18.000 Punkte. Was wir vor allem jetzt in den Runden, wo mir das aufgefallen ist, wieder tun die Gummitiere benutzen. Um irgendwelchen Sachen auszuweichen. Ich glaube, ich habe das mal besser ausgelegt. Aber treffe ihn erstmal mit normalen Schuss. Aber diese Runde kann man eigentlich schon gar nicht gewinnen, weil wir noch zu zweit sind. Der Gegner hat uns ganz schön überrannt. Wie gesagt, das ist in dem Modus mir egal. Ich habe einen Kill gemacht. Ich will den in der AFK sein. Ich schieße nur den mal. Und ich sage auch schon mal, wenn euch diese Runde gefallen hätte, dann erst bitte ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch dann auch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gefecht. Wie gesagt, diese Runde verlieren wir, aber das ist ja egal. Es hat auch Spaß. Daher ist alles okay. Oh, das ist ja egal.